Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Marsch der Sturmlanzen, anzunehmen bei Oberster Quicks Fürst Quomush im Vorgebirge des Überlands, an dieser Stelle. Vorquest war eine Frage der Loyalität. Nun gibt es ein Video. Was ist das da? Uh, sieht nach einer Falle aus. Meint ein längeres Video zu sein? Mal schauen, was uns da gesagt wird. Ein Ausgangsbasislager. Ich schätze mal, das ist der dritte Finger. Wie es aussieht, verniefeln sie hier. Dritte der vier Finger, ja. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Und das ist der vierte Finger, ha? Mit dem Panzern. Ah, sie muss dann zerstört werden. Okay. Wenn's nichts weiter wie ist. Äh, das war's auch schon. Man musste sich nur das Video anschauen. Man kann es natürlich auch abwechern. Dann ist halt die Quest abzugeben bei Oberster Quicks Fürst Quomush, im Vorgebirge des Jügelands, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. 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 Ciao.